Es gibt Momente im Leben, in denen man sich einfach wohlfühlen muss. Die Outdoor-Polster und Textilien von Sonnmax bieten dir den nötigen Komfort, um sich einfach mal fallen zu lassen. Einladend und gemütlich, um deine Zeit zu genießen. Mit unserer Qualität sorgen wir für Beständigkeit zu jeder Jahreszeit und bei allen Wetterbedingungen. Polster, die langlebig und widerstandsfähig deine Möbel schmücken. Made in Germany. Sonnmax.